So, dann schauen wir mal, was war denn das letzte, was wir hier hatten? Wir hatten irgendwelche Kriege, ah, da kriegen wir Lösegeld, theoretisch gesehen. Das Geld können wir auch echt gut gebrauchen gerade, weil wir eh wieder super krass verschuldet sind, wir hatten eh wieder einen Aufstand oder sowas. Wie weit sind wir denn mit unserer Kulturentwicklung? Oh, das braucht immer noch, das braucht so ewig lang. Und Erbherrschaft haben wir auch bald, also bald oder in 16 Jahren. Das haben wir hoffentlich noch, bevor sie stirbt, aber das sollte drin sein. Sie ist halt leider auch nicht so krass gebetet, aber wäre eigentlich auch egal, weil wir haben nur eine Tochter. Wir haben nur eine Tochter, die erben kann. Und da haben wir dann die super Tochter, die eh schon bei mir auch. Das ist das krasseste Kind ever. Das ist das krasseste Kind ever. Aber die zehn drücken wir auf Diplomatie auf jeden Fall. Das ist das erste Kind mit reinblütig, das wir frei gemacht haben. Mega cool. Hallo, Jezran! Wir haben hier nur eine Tochter, die erbt. Deswegen ist die Abteilung gerade gar nicht so kritisch. Aber wer weiß, wie viele Kinder die noch kriegen wird. Wir werden, glaube ich, keines mehr kriegen. Wir sind 47. Ich glaube, wir sind durch mit Kindern. Wir sind, glaube ich, durch. Durch den Inzest kriegen wir nur leider mittlerweile immer wieder negative Perks rein. Das ist ein bisschen doof. An der Stelle. So. Da warten wir gerade noch, dass die das Geld haben. Hallo, Fakaka. Meine Mutter, Hochkönigin Jana, ist bei der Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Es war in letzter Zeit so, dass dann sie... Sie waren in letzter Zeit so... Okay, da ist der Text falsch übersetzt. Da ist die Frage, ob mein Mann, der mein Sohn ist, und mein Schwager potenziell eine Affäre hat. Ach, das ist gar nicht mein Mann. Das ist ein Konkubinat von mir. Ups. Ups. Das sind sehr weirde Mischungen mittlerweile, die wir haben. Ja, ja, das ist immer noch das Königreich, das auf Hexen in Zucht und Schulden aufgebaut ist. Also, um die Frage ein bisschen zu beantworten, Two-Face. Das ist... Also, wir sind mittlerweile ein Matriarch. Und wir haben einen Hexen... Also, wir sind ein Hexenzirkel mit einem Matriarch, der Inzest erlaubt hat und Schweden reformiert hat und die Religion. Und ich bin gerade mit meinem Sohn verheiratet, der auch ein Champion von mir ist. Ich habe drei männliche Konkubinen, Konkubinaten. Einer davon ist mein Halbbruder. Und die anderen beiden sind meine anderen zwei Söhne und Schwager. Ja, es ist immer noch der Spielstand. Es ist der unangenehme Spielstand. Es ist der unangenehme Spielstand. Geil, da haben wir nochmal 50 bekommen. Schön. Ja, ja, klassisches Familienunternehmen. So wie das halt läuft bei Crusader. So läuft das halt. Wir kennen das. So, was haben wir hier? Während ich bei einem weiteren Tag bei Hofe beschäftigt bin, höre ich zufällig meinen Gemahnen und ich kann anfassen, wie er in seinem Umgang zufällig mit jemandem schimpft. Bo. Gast von uns. Kann ich den, ich kann ja nicht auf den Hof rekrutieren. Ach ja, wie teuer der auch wäre. Holy shit, ey. Wie teuer der auch wäre. Krass. Das wäre ein bisschen absurd. Wer ist Bertel? Dann bekommt er ein bisschen Das hat nicht funktioniert, leider. Unter den Füßen von Starcock ein Diplomat, den mein verbündeter König Gunnar von innen zu mir entsandt hat. Bereitet sich eine Blutlache aus aufgrund der bärtlichen Mengen an rotem Lebenssaft, die von meinem feinen Teppich bereits aufgesaugt wurde, kann ich nur vermuten, dass er schon seit Stunden, wenn nicht länger, blutet. Ich entschuldige mich für diese Sauerei, ich wurde von einem Zwerg durch ein Fenster geworfen, der mich auf meiner Reise nach Sinkturna in ein Gasthaus ausrauben wollte. Da der Dieb meinen Sturz jedoch abfederte. Wir können jetzt reden, aber er lehnt es ja Zeit für meinen Teppich. Ich hab Geld bekommen. So. Was können wir machen? Auf den hinteren Teil meines Hofes erhebt sich ein Tumult. Noch ehe ihn jemand ergreifen kann, stimmt ein Mann zu meinem Thron und bleibt vor mir stehen. Ohne mir Respekt zu zäunen. Der Blick in seinen Augen verrät bereits alles, was ich wissen muss. Dieser Mann ist geistig nicht gesund. Monster, ihr habt uns in den Tod geschickt, warum bleibt dies ungestraft? Aus dem Geschimpfen nehme ich, dass er irgendwie in einem meiner Kriege verwickelt war, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er so verzweifelt ist. Wie soll ich mit dieser verlorenen Kreatur umgehen? Wenn ich das verliere, sterbe ich. Wenn ich das verliere, sterbe ich. Aber wenn ich das gewinne, dann würde ich ein aufstrebender Schwertmeister werden. Will ich dieses Risiko eingehen? Liene Biene, danke für die 8 Monate und Dori, danke für die 11 Monate. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, das ist ja nett. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, dankeschön. Let's go. Seid ihr euch sicher? Okay. Ich muss da jetzt aufpassen. Ich muss da jetzt aufpassen. Gut, we won it. Das hat funktioniert, geil. Und jetzt habe ich noch irgendwas dazu bekommen, oder? Hätte ich nicht noch was dazu bekommen sollen? Weiß ich gar nicht, werden wir gleich sehen. Geil, Aufgaben erledigt. Ich sollte doch jetzt eigentlich... Ja, aufstrebender Schwertmeister habe ich noch bekommen. Geil. Das ist ziemlich cool. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Dankeschön, Scantrex, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Die hat noch nicht genug Geld. Ich warte noch drauf, dass die ein bisschen mehr Geld bekommt. Dann kann sie den auslösen. Und dann bin ich meine Schulden fast los. Das wäre actually gar nicht so schlecht. So, wir wollen auf jeden Fall für Holla Lothringen einnehmen. Nur glaube ich, dass ich das jetzt gerade noch gar nicht schaffe. Lass uns mal die Rechte an Saarbrücken klauen. Einfach mal spontan die Rechte an Saarbrücken. Wir holen uns einfach ganz gezielt Saarbrücken und um den Rest kümmern wir uns später. Weil ich kann halt, also, ich traue mich halt nicht ganz Lothringen, den, also ich habe halt Schulden. Das kann ich sowieso gerade nicht. Aber wenn ich jetzt einen Religionskrieg lostreten würde, dann, oh, guck mal, meine Nichte Holla hat ein Kind zur Welt gebracht. Dankeschön, Storm, für die drei Monate. Ganz viel Spaß ja weiterhin. Ja, schwierig. Sie wäre halt echt krass, aber sie ist inzüchtig. Deswegen ist sie echt nicht gut. Dankeschön, Dai-chan, für die 100 Bits und Dankeschön, Storm Chaser nochmal. Vielen, vielen lieben Dank dafür und für den Zap. Und hallo, Topol frei. Ja, das ist alles nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Das ist alles nicht so, wie ich mir das erhofft hätte. Och, wir haben da ein Albino-Kind reinbekommen. Wie? Die hat doch safe eine Affäre. Die hat doch nicht aus dem Nichts heraus ein Albino-Kind bekommen. Die hat doch nicht aus dem Nichts heraus... Ich weiß nicht mehr, was wir bei Ahnenarchitektur ausgewählt hatten. Ich weiß nicht mehr. Hatten wir nicht Albino ausgewählt? Ich glaube, das sieht man halt nicht mehr, ne? Kann ich mir das irgendwo anzeigen lassen, was wir ausgewählt haben? Weil ich glaube, wir haben uns den Albino-Dings ausgesucht. Und wenn wir uns den Albino-Perk ausgesucht haben, dann ist nachvollziehbar, warum meine Tochter ein Albino-Kind zur Welt gebracht hat. Also dann ergibt es auf jeden Fall Sinn. Aber ansonsten wäre sehr verwirrend, wie das zustande gekommen ist. Ach, das ist der alte Knacker von Vales, der mich nicht mag. Und jetzt müssen wir da drüben irgendeinem Krieg helfen gehen. Ja, das kannst du haben. Das brauche ich auch nicht. Wir sollten uns allgemein mehr um Banner kümmern, aber wir haben noch nicht wirklich Geld dafür gerade. Gut, jetzt dürfen wir da wieder in den Krieg ziehen, obwohl wir eh noch pleite sind. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Wie viele sind es denn? 3200, okay. Dann wissen wir, wie viele wir da drüber schicken müssen. Boah, das ist zu teuer. Das ist einfach viel zu teuer. Und die hat keine Kinder bekommen. Ja, den holen wir uns dann noch zurück. Ist Iron Man-Modus, jawohl. Ist Iron Man-Modus. Ist immer Iron Man-Modus. Ach, wir kämpfen selber, das gefällt mir. Und gehen auf. Niemals aufgeben hier. Ich glaube, eine Game of Thrones Mod ist in Auftrag aber noch nicht da. Ach, mein Sohn hat da noch ein Kind zur Welt gebracht. Noch ein Mädchen. Ein gutes Mädchen. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nicht nur Inzest machen, wenn ich mir das so anschaue. Weil die sieht ein bisschen gesünder aus. Aber die hat auch nicht die ganzen Tier-3-Perks. Ah, ist schwierig. Dennis, Dankeschön für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Ähm, ich glaube, Mod ist in Auftrag, aber noch nicht fertig von Game of Thrones. Die Vino, das ist nicht das Ziel. Und Dankeschön, Kev, für die 13 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ich will mit dem nichts haben. Same, Brallomat, same. Ich fürchte nur, dass wir dieses Let's Play hier nicht fertig bekommen werden. Bevor das neue DLC rauskommt. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Aber... Oh. Ach, die macht da freche Sachen. Gut zu wissen, dass die da freche Sachen macht. So. Was wollen wir bei dem? Ich hoffe, das hat funktioniert. Wir werden es rausfinden. Es hat funktioniert. Geil. Wir freunden uns gerade mit Irland an. Mit denen sind wir jetzt auch verbündet. Wobei mit den starken Bündnispartnern, die wir jetzt gerade haben, wenn ich nicht mehr verschuldet bin, könnten wir tatsächlich überlegen, einen Religionskrieg in Zentraleuropa zu starten. Nur finanziell können wir es uns halt überhaupt nicht leisten. Eigentlich. Das ist ein bisschen so ein Struggle, den wir haben. Aha. Lol. Der Dude von Waves will den Thronanspruch anmelden. Der ist 77. Are you fucking kidding me? Der ist 77. Spannend. Das Problem ist, glaube ich, bei dem Dude, dass ich den auch nicht getötet bekomme, einfach so. weil der relativ gut aufgestellt ist. Geil. Wir haben da Geld bekommen. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, die laufen jetzt gleich wieder in uns rein. Was ich nicht so schön finde, ich könnte mit der ein Bündnis aushandeln, aber das bringt mir nichts. Könnte ich einkehren können, bringt mir auch nichts. Bringt mir auch nichts. Das kann mir alles egal sein, eigentlich. Ich bin halt durchgehend verschuldet bei allem, was ich mache. So viel kriegen wir hier. Ja, hier kriegen wir nicht mal Beute. Wir sind in so einem armen Scheißland da am Kämpfen. Wir kriegen hier nicht mal Beute. Das mache ich auch nur, weil es meine Erbin ist. 77 Jahre in der Thronansprüche, das ist bestimmt von der CDU. Leute, er ist gestorben. Wir haben jetzt einen Anspruch auf Dingsda-Gumster für Holla. So. Ich würde mich mit dem gerne anfreunden. Bekennen wir den mal zu einer Hexe und schauen wir mal dann, ob wir uns mit dem anfreunden können. Ach, der ist sogar schon eine Hexe. Das ist ja entspannt. Schauen wir mal, ob wir uns mit dem anfreunden können. Das wäre doch eigentlich auch was. So, und sobald wir das hier eingenommen haben, verpasse ich mich hier wieder. Das ist einfach viel zu teuer. Also, der Krieg ist viel zu teuer. Für was denn? Ach, wir sind sogar der Angreifer. Wir sind der Aggressor dabei. Ups. Ich habe das auch gerade gewonnen für sie. Weil das das ganze Gebiet war, um das es ging. Okay. Gut. So einfach kann man es lösen. Okay. Sohn und Enkel. Das ist so eine unangenehme Geschichte. Da hat das so eine unangenehme Geschichte. Sohn und Enkel und Schwager. Es ist das ist das ist alles ein bisschen seltsam. Oh Gott, Holla hat noch ein Kind bekommen und das ist auch inzüchtig. Es tut mir halt mega leid. Holla bekommt halt lauter inzüchtige Kinder gerade. Das ist eine schwierige Geschichte. Das ist eine wirklich schwierige Geschichte gerade. Das ist eine richtig schwierige Geschichte. Ach, scheißen. Die sind besten Alter für Kinder. dafür. Für Kinder ja, aber inzüchtige Kinder, dafür hat man glaube ich nicht wirklich das beste Alter. Hat die eine Affäre mit ihrem Bruder oder sowas? Ah, ich habe Kinder in meinem Kerker. Ups. Ich habe Kinder in meinem Kerker. Das habe ich vergessen. Genau, ich wollte ja zu dem nett sein und dem eine Konkubine anbieten, weil wir ja können. zu dem wollte ich nett sein. Mit wem bin ich denn noch verbündet? Mit dem bin ich auch verbündet, dem kann ich auch eine Konkubine anbieten. Dem biete ich die hier an. Wer ist das? Die würde ich gerne rekrutieren. Die ist echt ziemlich krass tatsächlich. Kriege ich für den Geld? Nee, das ist einfach nur irgend so ein kleiner Junge. Den rekrutieren wir auch. Dann ist er auf unserem Hof. Die 47. Die bringt uns eigentlich nichts mehr. Wir haben leider keinen Henker mehr. Ach, die sind meine Dynastie. Deswegen kann ich sie nicht einfach hinrichten. Lassen wir sie einfach frei. Wer ist das? Die hatten wir zweimal. Haben wir noch jemanden, dem wir eine Konkubine anbieten können? Dem kann ich gar keine anbieten. Lustig. Können nur Herrscher Konkubinen haben? Aber der ist auch Herrscher. Warum hat der keine Konkubine? Ach, weil er asatroisch ist. Nur die altasatroischen können Konkubinen haben. Das habe ich vergessen. Die neuasatroischen könnten das gar nicht mehr. Dafür hatte ich ja gesorgt. Dafür hatte ich ja gesorgt. Dankeschön, Talem, für den Sub. Willkommen bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ultra nett. Danke, danke, danke schön. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Alter, noch ein Kind, ey. Ja, ich glaube, ich habe den Albino-Park ausgewählt, dass er häufiger vorkommen soll. Es wirkt zumindest gerade so. Bekehrung verlangen und rekrutieren. Rekrutieren. Bekehrung verlangen und rekrutieren. Geil, und dann sind unsere Kerker wieder los. Leer. Das ist eine gute Sache. Das war nämlich echt ein bisschen stressig. mit den ganzen Kerkern. Gut, perfekt. Und danke nochmal, Talim. Hast du auch eine Konkubine? Für mich eher nicht so. Brallomant, wie schwer ist es, die 90 zu erschaffen? Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Hat schon was. Ist schon eine Herausforderung. hat schon ein bisschen was gebraucht für mich, das umzusetzen. Muss man schon sagen. Ui, warum ist mein Sohn was hat er denn bekommen? Warum trägt er eine Maske? Der ist von irgendwas entstellt. war der nicht der, der, ja, das ist Bagge. Bagge ist der, der meine zwei Söhne noch geboren hatte, mit mir im Alter. Das war quasi mein Lieblingsliebhaber. Ach scheiße, ey. Und warum liegt hier Stroh? Wahrscheinlich deswegen. Aber das war der, mit dem wir noch so viele Kinder bekommen hatten vor zwei Tagen. Der Gierige von Norwegen. Ich kann mir das alles nicht leisten. Leider. Ich kann mir das alles nicht leisten. aber ich kann den Artefakt schenken. Ich könnte ihr irgendein, das ist das Plate, das wollen wir nicht. Das könnten wir schenken. So, wie sieht es denn jetzt aus hier mit der Gleichberechtigung? Boah, das braucht so ewig lang. Und hier 13 Jahre noch. Und verschuldet sind wir auch noch. Ja, wir können eigentlich nichts anderes machen, gerade außer warten. Vor allem, dass die uns da weiter Geld geben, das finde ich sehr schön. Dass sie uns da weiter Geld geben, finde ich super schön. Meine Krone ist bald am Arsch. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben für nichts genug Geld. sind so hart verschuldet die ganze Zeit. Ich müsste mich echt mal um bessere Finanzen kümmern. Wir haben aber auch irgendwie nur drei Domänen. Ich weiß gar nicht, warum wir nur drei Domänen haben. Es wird Zeit, dass wir uns mehr Domänen selber wiederholen. Wir haben selber fast keine. Ich hätte halt gerne Bezantien. Also ich würde mir gerne das hier holen. Alter Holla hat schon wieder ein Kind zur Welt gebracht. Und ausnahmsweise mal eines, das nicht am Arsch ist. Das ist ja schön. Ausnahmsweise mal ein Kind, was kann. das ist ja schön. Nee, ich hab die einfach weitergegeben, Brallo. Das passiert bei mir nicht. Meine Erbschaften passieren nicht aus Versehen in diesem Spiel. Der mag uns nicht wegen der Religion. Ja. Aber der hat auch nur 9000 Mann. Also das könnten wir actually schaffen, das einzunehmen. Dankeschön Spotlight für die neuen Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Das könnten wir eigentlich schaffen. In der Theorie. ich wollte aber auch noch einen Kriegerorden gründen. Das würde ich auch noch unbedingt machen. Dankeschön Sia für die vier Monate und ganz viel Spaß für weiterhin. Dankeschön. Aber das ist alles nicht so einfach ohne Geld. Das ist alles nicht so einfach ohne Geld. Vor allem eigentlich sollten wir mittlerweile die Forschungen haben, um weiter ausbauen zu können. Jetzt fehlt uns Geld. Früher hat uns die Forschung das Geld und die Gebiete. Weil wir die Gebiete abgegeben haben. Man hat nur drei Sachen. Drei ist halt echt nicht viel. Aber meine Schwester hat eine Fraktion. Ach guck mal, ich hab grad was geerbt. Die Grafschaft von Helmck. Von meiner Mutter. Und schon hab ich vier Gebiete. So schnell kann's gehen. Wir haben grad nur drüber geredet. Ich versteh noch nicht genau, warum ich jetzt Minus mache. Wo sind meine Hä? Hab ich Armeen ausgehoben? Ach, die hatte ausgehobene Armeen. Dankeschön. Hades, für die vier Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Was hat sie denn dort, dass mir, was hat sie denn dort, dass ich, dass das so scheiße läuft? Nix. wirklich gar nix. Und alt-asatruisch ist es auch noch. Alt-asatruisch ist es auch noch, holy shit. alt-asatruisch Ich habe da jetzt ein Problem. Oh, warum habe ich eigentlich die noch nicht mit jemandem aus meinem Haus verbunden? Zum Beispiel mit Loki, meinem Neffen. Ich frage ja nur. Damit ist das Problem erledigt. Und was ist mit der? Und warum haben wir hier noch nichts? Das würde sie annehmen, aber der hat Inzesteigenschaften. Aber mein Enkel. Das wären doch zwei wundervolle Kinder. Machen wir matrilinear, das passt ja auch perfekt. Das ist halt nur mein Enkel, aber dann löse ich das quasi. Ach, ich habe das generell damit gelöst. Damit ist das aufgelöst, das ist ja schön. Boah, was haben wir hier? Da haben wir eine Freiheitsfraktion. Kriegen wir die Freiheitsfraktion auch noch irgendwie gelöst? Damit ist das erledigt. Der ist halt schon ein bisschen alt, ne? Das ist alles nicht mehr so leicht in der Lösung da. Die sind halt auch alle alt-aserturisch. Das macht halt leider auch so große Probleme, dass die einfach nicht von sich aus konvertieren. Das wäre halt alles viel, viel leichter, wenn die von sich aus einfach switchen würden. So. Ähm, wie sieht es denn mit dem aus? Dann haben wir das erledigt. So, kriegen wir hier nicht vielleicht noch, noch was hin? Guck mal, da habe ich noch eine Enkelin. Oder du kriegst Beata. Das nimmt er nicht an. Was ist denn mit Soaba? Das nimmt er an. Guck mal. Damit mag die mich jetzt ein bisschen mehr, weil die jetzt aserturisch ist. Damit wurde die gerade zum Haupterben. Das ist doch wundervoll. Das ist die Haupterbin der Haupterben. Habe ich nicht auch noch einen Neffen, der sich da gut anbietet? Den da, guck mal. Tord, der Sechs, Sorrel, Ralf. Wo sind die denn? Inwiefern kommen die denn von mir? Kommen die von meiner Tochter? Ja, die hat halt so viele, ne? Tord, Snorri. Und einem den Ältesten. Da. Dann haben wir das erledigt mit den Bündnissen. Man hat sich das gleich wieder mit den ganzen Freiheitsfraktionen, die gegen mich vorgehen wollen. So einfach macht man das. So einfach macht man das. Der Oberhüptling Jannis ist jetzt mit mir in dem Bündnis. Und seine Frau ist... Uso irgendwas. Naja, das sehen wir dann schon. Aber bei der ist es auf jeden Fall erstmal so, dass die von ihrer Mutter jetzt alles erbt. Was mir schon ganz gut gefällt. Ich muss nur aufpassen, weil ich wahrscheinlich ja andale, da verliere ich Sachen. Das gefällt mir nicht, dass ich hier Sachen verliere. Die ist halt leider... Die ist auch kumbrisch. Wild. Kumbrisch. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir das auch bei uns am Dings haben. Der möchte... Den möchte ich auf dem Hof haben. Der hat gute Steps. Das gefällt mir auch gut. Dann kann ich hier noch ein Bündnis aushandeln. Das ist immer noch irrelevant für mich. Der braucht einen neuen Dude, der ihm Dinge beibringt. Dafür nehmen wir den hier. Nice, dann lernst du hier ein paar sinnvolle Sachen. Haben wir noch irgendwas? Wir bei den Titel erben. Schön. Geil. Und dann haben wir eigentlich alles wieder hier gechillt, was an Problemen geherrscht hat. Dankeschön. Serex für die vier Monate. Und Swordlike für die neun Monate. Und Hades für die vier Monate. Einen wunderschönen Aufenthalt hier weiterhin. Und Breakpoint. Vielen lieben Dank für den Prime und willkommen bei den Eumeln. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ach. Das ist tatsächlich unser wundervolles Kind. Das ist unser Traumkind. Ilyana. Ilyana ist unser absolutes Traumkind. Die wird die ganze Welt erobern. Ich sag's euch. Sie wird die ganze Welt erobern. Die wird alles machen. So, wie sieht's aus mit den Aufständen? Wieso sind denn das jetzt schon wieder so viele? Wieso haben denn so viele hier Dinge zu sagen? Das gefällt mir nicht. Warum sind das so viele? Kann ich dir nicht noch irgendwie eine Konkubine anbieten? Ja. Äh. Der ist verlobt mit meiner Enkelin. Warum haben wir kein Bündnis? Das ist die andere Frage. Warum haben wir kein Bündnis, obwohl der mit meiner Enkelin verlobt ist? Wahrscheinlich, weil, ja, weil meine Tochter ein eigenes Reich hat und das deswegen quasi nicht meine Ressource ist, die ich da vergeben habe, sondern ihre Ressource, unter Anführungszeichen. Ich weiß, dass das grausam klingt. Was bedeutet, ich muss irgendwie noch an Kinder kommen, die ich weitergeben kann. Die hier. Das sind noch Kinder, die ich weitergeben kann. Björn. Björn und Rolf. Ach, was sind das für wundervolle Kinder hier überall? Alles Albino-Kinder, die hier geboren werden. Das ist schön. So. Hast du irgend... Hat irgendjemand von euch noch eine Tochter? Die sind alle schon zu alt. Das sind alles so alte Männer. Da. Prinzessin Sigrid. Heirat engagieren. Und du bekommst einfach Björn oder Rolf. Die sechs. Dann kriegst du Rolf. Guck mal, da müssten wir ja... Da müssten wir doch eigentlich jetzt... Müssen wir da nicht ein Bündnis kriegen? Ach, das sind die, die nicht beitreten können. Guten Morgen. Ich hab gar nicht geguckt. Dankeschön. Ich war so verwirrt gerade. Ich hab grad gedacht, was ist denn überhaupt los? Ich hatte mich doch um all diese Dinge gekümmert. Aber... Dankeschön. Dankeschön. Ich hatte... Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gerade. Aber guck mal, hier kriegen wir das nochmal gelöst. Weil wir haben noch ein Kind. Das kriegen wir auch gelöst. Und jetzt haben wir noch ein verfügbares Dynastievermächtnis. Dankeschön, Chad, fürs Mitdenken. Was wollen wir da jetzt noch haben? Heiratsannahme plus 30 ist auch richtig strong. Heirats... Heiratsannahme ist halt auch geil. Klangvoller Name ist ein Ritter mehr. Söldner billiger. Hofpracht plus 100%. Monatliches Protestage plus 10%. Persönliche Komplotte. Basallenschwelle. Rechtschaffenheit. Boah, das ist... Also, Ruhm ist auch richtig strong. Gelehrsamkeit ist auch geil. Boah, das ist halt alles ziemlich cool eigentlich. Fruchtbare Lenden finde ich auch mega cool, actually. Fruchtbare Lenden finde ich auch richtig geil. Da kriegen wir richtig viele Kids. Richtig viele Kinder. Dann werden wir riesig. Und machen noch schneller noch mehr Dynastie-Punkte. Weil unsere Dynastie ist ja noch nicht groß genug. Lass einfach noch mehr Kinder basteln. Boah, das ist halt alles geil. Aber ich glaube, ich nehme erst mal die erwünschte Vermählung, nehme ich noch mal dazu. Wir haben halt so viele Vermächtnisse schon. Unsere Dynastie ist so krass. Ja, die ist mittlerweile bedeutend. Als nächstes ist sie berühmt und danach ist sie glorreich. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann kommt Sagen umwoben. Und dann kommt Legendär. Und dann sind wir done. Krass. Und wir sind auch endlich wieder im Plus. Ach, da sind wir jetzt an dem Punkt. An dem nur die Männer eingesperrt werden. Da hatten wir ja was. Da habe ich den König von England, der eine Affäre hatte mit Oberhäuptling Ulwilde. Die meine Tochter ist. Super, Ulwilde. Das hast du ja großartig gemacht. Das hast du ja absolut großartig gemacht. So. Deine Tochter nehme ich in meine Obhut. Ach, das willst du mich jetzt nicht machen lassen, oder wie? Auf null Punkten. Was nen Bullshit. Die wird nicht mal mein Vasallentum annehmen. Krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass sie nicht mal das annimmt. Heftig. So. Und die hatte eine Affäre mit... Wen hatten wir da jetzt drin? König Egil. Ja, sein Ding wird auch aussterben, einfach. Weil der hat auch keine Frauen sonst mehr. Der hat einfach nur eine... Eine Kurkubine. Ja, wobei, weiß man auch gar nicht. Aber ich kriege von dem Geld, ne? Na, warten wir noch ein bisschen. Ich kriege von dem auch noch die vollen 200. Werdet ihr schon sehen. Ich hole mir von dem auch noch die vollen 200. So, was ist hier aufgeploppt? Ähm... Dann haben wir hier Geld bekommen. Das gefällt mir. Hallo, Mike. Ist das... Ähm... Die mit der krassen reinblügelnden Tochter. Ja, ja, genau. Ich hab nur eine Tochter. Ähm... Wer möchte mich ermorden? Wir wissen nicht, wer es ist bis jetzt, ne? Ich hab nur eine Tochter. Und die hat zwei Töchter bekommen. Und die ältere Tochter, die neunjährige, ist die super krasse. Die super, super krasse. Ich hätt nur jetzt wirklich gerne... Also wirklich, wir brauchen auch einfach... Also, wir sollten auch wirklich, ähm... Sachen craften mittlerweile. Die Sache ist nur, dass wir halt... Also, ich hab halt kein Geld, um die Sachen zu craften. Ich bin die ganze Zeit pleite. Mit allem, was ich mache. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Geld bekommen. Jetzt haben wir das erste Mal Geld. Wir wollen aber keinen Großbljot und nichts. Wir haben kein Geld. Wir wollen... Sieg-Tuna eventuell ausbauen. Das wäre halt amazing. Aber das können wir uns auch nicht leisten. Die Krone von Gut. Das kann ich vergessen. Also, die ist halt... Ich hab kein Geld dafür. Was könnten wir hier noch machen? Das... Dafür haben wir noch nicht genug erforscht. Dafür haben wir noch nicht genug erforscht. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Dafür hab ich nicht genug Geld. Ja, wir sind noch gar nicht so weit tatsächlich, dass da was geht. Ich bin ein bisschen angekündigt.